So, wenn dann alle Platz genommen haben, dann darf ich Sie, liebe Medienvertreter, ebenso wie die Zuschauer im Start und Umlauf und auf FCK TV herzlich zur Pressekonferenz begrüßen nach unserem Heimspiel gegen den FSV Frankfurt. Ich begrüße die beiden Trainer, Thomas Oral vom FSV Frankfurt und FCK-Cheftrainer Konrad Fünnstück. Das erste Wort gebührt natürlich den Gästen aus Frankfurt. Herr Oral, Ihr Kommentar zum Spiel bitte. Ja, erstmal recht herzlichen guten Tag. Natürlich ist es so, dass man hier nach dem Spiel mit gemischten Gefühlen sitzt. Ich glaube, dass wir gerade in der ersten Halbzeit haben wir eine richtig gute Partie absolviert, gerade auswärts hier in Kaiserslautern. Wir hatten in zwei Situationen eine gewisse Unachtsamkeit, wo André Weiß herausragend hält in der ersten Halbzeit. Ansonsten haben wir nicht viel zugelassen, hatten nach dem 1-0 sogar noch die Möglichkeit, noch sauberer zu kontern. War vor dem 1-0 noch Situationen dabei gewesen, wo ein paar Zentimeter immer wieder gefehlt haben in der Kontersituation, aber ich denke, dass wir hier sehr mutig aufgetreten sind. Eine Mannschaft, die vor 14 Tagen noch Leipzig geschlagen hat, in einer Art und Weise, die beeindruckend war. Klar war, dass in der zweiten Halbzeit dann, wenn man auf die, wenn der FCK dann auf die heimischen Fans spielt, dass ein bisschen Dampf in den Kessel kommt, weil etwas, was ja eh hier in Laudern momentan ist, wusste ich, dass es ein bisschen gefährlich wird. Da haben wir den Gegner dann eigentlich eingeladen zum 1-1. Ja, und dann war es ein offener Schlagabtausch. Hatten wir natürlich Glück in gewissen Phasen, dass wir es 2-1 nicht kassieren. Dann mit der gelb-roten Karte für Markus Kahl wollten wir dann noch offensiver agieren, haben wir dann auch mit einer Auswechslung getan. Aber leider mussten wir die schnellstmöglich wieder korrigieren, weil wir uns da auch wieder selbst um den Lohn unserer Arbeit gebracht haben, auch wenn es eine fatale Fehlentscheidung war. Aber am Ende des Spiels, muss man sagen, hätten wir in der 88. Minute ein bisschen Glück vielleicht noch gebraucht, um dann das 2-1 zu machen. Aber so wie das Spiel gelaufen ist, muss man sagen, war es dann ein gerechtes Unentschieden, was in beiden Richtungen auch anders hätte ausgehen können. Ja, wir sind nicht ganz unzufrieden. Trotzdem hätten wir heute, glaube ich, ein bisschen mehr mitnehmen können. Vielen Dank. Dankeschön. Thomas Oral bis hier. Jetzt, Conny, dein Kommentar zum heutigen Spiel, bitte. Ja, ich glaube, geht mir ähnlich wie den meisten von unseren Fans und auch wie meiner Mannschaft, dass man natürlich enttäuscht ist, dass wir zwei Punkte heute haben liegen lassen. Wir haben in der ersten Halbzeit Probleme gehabt am Anfang, hat man gemerkt, dass wir nicht so gut ins Spiel reingekommen sind, haben viele Passungenauigkeiten gehabt. Und sind dann auch in Rückstand geraten, nah an Konter, wo wir keine gute Staffelung drin hatten. Haben wir in der ersten Halbzeit trotzdem auch vor dem Gegentor mit Pritz Spilgus seinen Kopfball eine ganz klare, hundertprozentige Torchance dann liegen lassen. Und dann gehst du mit 0-1 in der Halbzeit und musst dich erstmal schütteln. Ich habe der Mannschaft in der Halbzeitpause gesagt, dass all das, was wir in den letzten Wochen trainiert haben, wir jetzt zeigen müssen, dass wir das Flügelspiel gegen Frankfurt forcieren, dass wir über außen kommen, dass wir immer wieder in die letzte Zone eindringen müssen und mutig auftreten zu Hause. Und das hat die Mannschaft auch beherzigt. Und ja, symptomatisch trotzdem ist es dann ein bisschen, dass das 1-1 ein Eigentor ist. Kein Tor von uns, sondern ein Tor vom Gegner. Und ich bin nicht zufrieden mit der Chancenauswertung, denn da hatten wir einige gute Situationen. Unterm Strich heißt es für uns aber auch, wir sind nach einem Rückstand heute wieder zurückgekommen. Die Mannschaft hat hier das, was wir trainiert haben, auch umgesetzt in der zweiten Halbzeit mit vielen Bällen, gefährlich vor das Tor. Aber der letzte Ball zum Tor hat einfach dann gefehlt, um uns dann auch endgültig zu belohnen mit drei Punkten. Und ja, unterm Strich hinaus, für uns geht es weiter in eine neue Trainingswoche mit dem Auswärtsspiel dann entführt und Ihnen noch einen schönen Sonntag. Danke.